Hallo, ich bin Gregor Bieswanger und in diesem Videotraining begleite ich Sie Schritt für Schritt zur ersten Universal Windows App. Ich bin Experte für Softwarearchitektur und XAML. Windows 8.1 und Windows Phone 8.1 haben etwas gemeinsam. Sie haben den gleichen Windows-Körnel. Aus diesem Grund ist die Windows Phone Runtime beinahe identisch mit der Windows Runtime. Das schafft eine hohe Code-Kompatibilität und eine neue zusätzliche Visual Studio-Projektvorlage namens Universal Windows Apps. Dies ermöglicht darüber hinaus das einfache Bereitstellen einer Code-Basis. Auch die Nutzung gerätespezifischer Funktionen wird dadurch unterstützt. Das bedeutet, mit ein und demselben Code kann eine Windows 8.1 App und eine Windows Phone 8.1 App programmiert werden. Das Videotraining beginnt mit einer kurzen Einführung in die neue Projektvorlage von Visual Studio 2013. Dann beginnen wir mit den Grundprinzipien der Universal App-Entwicklung, gestalten eine einheitliche Oberfläche mit XAML und programmieren wichtige Funktionen mit C Sharp. Am Ende verrate ich noch Best Practics für die Nutzung des MVVM Patterns. Freuen Sie sich also darauf, bald Ihre erste Universal App für alle Windows 8.1 Geräte programmieren zu können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Videotraining Einführung in Universal Windows Apps.